So, Leute, nochmal. Der letzte Part für heute. Und schon wieder, schreibt mich jemand an. Glauben mal, wenn ich genau anfangen will. Naja, nicht meine Sache. Wir müssen... Das stimmt nicht. Ich save mal lieber. F6. So, gesaved. So. So. Die ersten... Spinneln! 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 Ich hasse Spinnen! Und die machen's alleine. Danke, Leute. Mokumoku muss trainieren. Das ist die Sache. Ah, wir schaffen ja schon. Nein, lass es einfach die machen. Kassiert ganz schön. Aber war okay, dass Mokumoku ein bisschen kassiert hat. Dafür sterben sie jetzt. Komm, wirst du mit den Levels aufschliessen. What the fuck? Nein. Ähm. Autotext. Echt? Ja. Weißt du, wie das ist. Das ist das... Das ist... Das ist... Noll. Ihr Schlash. 1. Mokomoku Ja, das ist die einzige Netele 10. Rund Ich hoffe, dass die Kaninchen langsam ihre Drecksrunde liegen lassen Weil ich brauch die Runde langsam Ach Leute, nehmt sie mal BITTE aus am Anfang Ich trage alle auf einmal Entschuldigung, was du kannst Okay, der ist Wimukumukat nicht getroffen, mal wieder Dann zähle aus am Anfang Ah ja, zur Sache, was hat Nami für Sachen Okay, doch Nami für Equip Glows Cap Okay, so Was ist das für die Wölfe? wir das ist der kurs hat das ist die familie attack und ja das das ist der kurser kreuz angriffen geht so die familie jetzt habt ihr mal alle attacken mal gesehen so die wir alle drauf haben das ist eine gute gruppe wenn alles so funktioniert nein das ist eine ganz gute gruppe was du jetzt aber ich habe schon viel gegner moku moku level 5 nami level 6 läuft leicht stabil stabil wir haben wirklich alles kapiert Schlau, schlau, schlau 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 Wir haben genug Gold, langsam viel neue Waffen, Wurst und alles Komm hin lang Wir haben alles aufgeladen Und ja Schon sind wir hier . Wir haben Wir haben das Und jetzt zurück zu unserem Forst. Das ist Gen Gen. Also wir sollen jetzt einfach hier nur rumgammeln und nichts tun. Okay. Was wir als erstes machen werden, ist klar. Sie haben gesagt, wir sollen Leute rekrutieren. Und das werden wir jetzt auch machen. Ähm. Aber erstmal killen wir alles. Krähen wir auch schon aus. Ach so, macht es uns aber keinen Spaß. Wenn die alle so schlimm kommen. Wir können wahrscheinlich alles. Wir nehmen mal kurz alles auseinander. Eine Vase bekommen. Das nennt man gutes Händchen. Es gibt ein bisschen was zu tun hier. Beispielweise. Der erste. Oh. I okay. Was ist nochmal? Du es hör. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020